Söhnlein brillant. Aus den ausgesuchten Weinen eines Jahrgangs. Brillant. In der Tat. Söhnlein brillant. Es beginnt als Spaß. Siehst du, aber ich bin nicht genug. Und dann... Immer lustiger. Till Schweiger. Wo ist Tret? Ab 16. im Kino. Söhnlein brillant. Jetzt auch alkoholfrei. Links. Rechts. Links hier. Rechts. Das geht nach links. Pause. Pause. Wenn ich das Pause mache, ist leicht mit dir. Vitali, ich glaube, wir waren schon mal hier. Milchschnitte. Mit viel frischer Milch gemacht. Schmeckt leicht und belastet nicht. Vitali, schau doch nicht in die Karte. Ich brauche nicht. Ich kenne den Weg. Ich habe eine Idee, die Arbeitsplätze schafft. Wir haben eine Idee für saubere Energie. Ich habe eine Idee für schnelleres Lernen. Ich habe eine Idee für Ewigkeit. Wir haben eine Idee für saubere Energie. Deutschlands Unternehmer haben viele Ideen. Und einen, der sie fördert. Das war der Tag, an dem alles anders wurde. Kein Paar wusste damit umzugehen. Es braucht mutige Leute, um die Welt zu verändern. Doch für die meisten war es nur ein Gerücht. Was manchmal zu Bitterkeit und Neid fühlt. Doch schon bald wurde klar, dass das etwas ganz Neues war. Etwas einzigartiges. Finalmente. So lebten sie glücklich bis an ihr Lebensende. Okay, das wird dir gefallen. Unser neuer Lieferservice. Finde ich sehr hübsch für einen Schweinetransporter. Der elektronische Kondens-Trockner von Hoover. Schonende Trocknung durch vier feuchte gesteuerte Programme. Saugroßes 6 Kilogramm Fassungsvermögen. Für saubillige 199 Euro. Sau, 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 saubillig. Und noch viel mehr. Mediamarkt. Ich bin ja nicht blöd. Rittersport. Knackige Schokolade. Im praktischen Knickpack. Rittersport. Viele verschiedene Sorten. Prall gefüllt. Mit besten Zutaten. Die andere Schokolade. Nur im Winter die Trüffelsorten. Neu. Jamaika-Rum-Trüffel. Mit echtem Jamaika-Rum. Erleben Sie bei Maxtorm. Die stärksten Spielfilme. Die packendsten Serien. Die frechste Comedy. Entertainment auf Abruf. Einfach per DSL auf Ihrem Computer oder Fernseher. Maxtorm. Alles zu meiner Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Was kostet denn so ein Chicken Burger? Einen Euro. Eine Coke? Einen Euro. Der Gartensalat? Einen Euro. Deine Handynummer? Einen Euro. Alles zu mitnehmen, bitte. Wir bleiben dabei. Trotz 19% Mehrwertsteuer. Elfprodukte je einen Euro. Unterbindliche Preisempfehlung. Wir von Union Investment helfen Ihnen, langfristig mehr aus Ihrem Geld zu machen. Damit Ihr Leben so verläuft, wie Sie es sich wünschen. Union Investment. Die Fondsgesellschaft Ihrer Volksbank Ralf Eisenbank. Hier in diesem Supermarkt tut jeder, was er kann. Hier und hier und hier. Und dabei tut manche mehr, als er muss. Weil er liebt, was er tut. Du, 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 du weißt jetzt, wie gut ich bin. Ach, tut das gut. Hier bei Kaisers. Hier bei Tengelmann. Hier und herzlich. Tic Tac. Atemfrische mit gerade mal zwei Kalorien. Tic Tac. Man kann ja nie wissen. Und jetzt neu. Frisch, fruchtig mit Vitamin C. Tic Tac Acerola Kirsche. Unsere Zunge ist wie ein Schwamm. Hier lagern sich täglich Bakterien ab, die schlechten Atem verursachen. Neu Dr. Best Zungenfrisch für Zähne und Zunge. Weiche Lamellen entfernen den Zungenbelag und schützen so vor schlechtem Atem. Natürlich mit der bewährten Dr. Best Federung. Dr. Best Zungenfrisch. Jetzt neu mit antibakteriellem Wirkstoff für noch mehr Hygiene und Frische. Der Sat.1-Surft-App. Sat.1 präsentiert The Ingo Oschmann Live. Gönnen Sie jetzt Tickets auf www.sateis.ch Der Sat.1-Surft-App. Samstag. Barbara Elichmann und Wiegald Bohning präsentieren das Megashow-Band. Es wird sehr, sehr laut. Mit Mega-Experimenten. Ich lasse mich anzünden. Und mit einem garantierten NKL-Millionär. Mega-Claver. Die NKL-Show. Am Samstag um 20.15 Uhr. Samstag. Was ist eine Zuchtlatte? Der Herr der Faden. Was ist ein Deppenschlag? Und sein geniales Ratteteam. Erobern den Samstag. Genial daneben. Am Samstag um 22.45 Uhr. Das Sat.1-Montags-Modell. Eddie Murphy. Ben Ackroyd. Jamie Lee Körpnis. Ich kann nicht mehr gehen. Ich hab meine. Oh Gott. Preise den Ernst. Die Glücksritter. Am Montag um 20.15 Uhr. Freitag. Celebrations. Unser schönster Tag. Der Überraschungssendung in Sat.1-Schweiz. Die Woche mit diesen Themen. Jan. Ein Romantiker, wie Frau ihn sich wünscht. Für seine Geliebte führt der Rosenweg ins Glück. Und? Drei harte Jungs, die den Eltern Kummer und Sorgen bereitet haben. Nun aber zeigen sie ihnen ein weiches Herz. Nehmt euch die Zeit. Ich freu mich auf euch. Celebrations. Unser schönster Tag. Freitag 21.45 Uhr in Sat.1. Grosse Gefühle. Präsentiert von Celebrations. Und der Seat Althea. Autoemotion. Augen auf. Sat.1 zeigt allen. Eins. Abs. Eins. Sen. cz